wir sind heute noch nicht sehen und dann drehen wir um hallo herzlich willkommen meine lieben Glossboss zu diesem neuen Video. Wir haben heute 9,3... jetzt oder? Du meinst es wird Zeit? Okay, es wird Zeit. So, dann ist jetzt hier die Bostrafo quasi... schmeißt er die weg, schmeißt er die weg. Ich glaube. Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. Nein, wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Ja, oder so hat ja Bernd gesagt. Ja. Hätte ich noch mal eine neu bezahlte Käppi. Selber bezahlt, ich wollte mir weh haben. Ja, kriege ich übrigens noch Geld von dir. Ja, also willkommen bei diesem neuen Video. Wir haben uns heute schon ein Thema ausgedacht. Normalerweise finden wir so im Laufe der Aufbereitung ein Thema. Diesmal haben wir uns so ein vorhin Thema ausgedacht, weil der Zustand von der 998, der ist... Der ist richtig scheiße. Endgegner. Also Kratzer, Kratzer ohne Ende, hier und da, tiefe Kratzer, falsche Handwäsche, 1000 Steinschläge müssen wir auffüllen. Schleißspuren. Komm, wir zahlen jetzt einmal. Guck mal, fangen wir den Dach an, das ist ja schon, wer wäre es genug. Also die Spuren, die... Da war ich korrekt, guck mal rum. Guck dir erstmal in der Röhre schon, das wird hier schon anders. Schleißspuren hinten am Motordeckel. Ja, das kriegt die Kamera, glaube ich nicht, so. Jetzt haben wir mal mit der Lampe. Also richtig tiefe Dinger. Ja, das sieht jetzt hier auf der Kamera unspektakulär aus, aber das sind doch so... Ja, genau, warte, warte, warte. Keines Wheels oder so, die sind auch noch drin, klar oberflächlich, aber sonst hat der... In der Röhre sehen wir gefühlt tausende von... Dann mach mal so nach da. Nach da? So? In der andere Richtung. Ne, bleib doch mal einmal stehen mit dem Dinger. Jawohl, Chef. Mein Gott. Ja, also die Kamera kann halt sich so einfangen, aber der hat überall richtig tiefe Kratzer. Hier zum Beispiel sowas. Also immer so falsche Handwäsche und... Waschanlage denke ich ja nicht, das sieht so typisch falsche Handwäsche aus. Hier hinten wurde irgendwie geschliffen, hier sieht man es, also... Du bist auch wieder ganz aufgeregt, ne? Ja, hört dir das mal an. Das ist... So, hier die Schweinekringel. Da wurde mal geschliffen. Also die Kofferraumklappe, äh, Motorraumklappe, so. Die Motorraumklappe beim Porsche. So, die wurde wahrscheinlich mal lackiert. Oh, ja. Naja. Ich glaube, direkt mitgeschliffen wurde dann auch mal hier alles. Ja, also kurzum, Endgegner. Das Ding. So, jetzt haben wir immer noch nicht verraten, was das Thema ist vom Block. Das ist jetzt nämlich, weil ich bin der Meinung, hier schaffen wir mit Mikrofaserpad und Exzentermaschine mehr Kratzer rauszuholen, als der Markt mit seiner Rotationsmaschine und Fell. Okay. Also ich sag, Rotationsmaschine, heute mal gegen die Kombination Exzentermikrofaserpad und ich sag, die Rotationsmaschine auf Lake Countryfällen. Die Clearcut von Capro. Schön entspannt bei tausend Drehungen. Ne, auf jeden Fall, Mikrofaserpad wird mehr rausholen. Das werden wir mal sehen. Da werden wir gleich aber alles sehen. So, wir haben jetzt hier schon abgeklebt, wie ihr gesehen habt. Testfeld wird. Sollen wir mal Hälfte machen? Hälfte Dach? Hälfte Dach. Sollen wir das mal machen? Vorne, der Kofferraum ist ganz gut, in der Mitte quasi ein Übergang. Gleich sind hier eine Menge Steinstecken, die werden hinterher auch noch aufgefüllt. Aber hier, schöner Übergang und dann auch mal direkte Fünfte. Marc, 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 hör mal, du bist so heiß, so aufgeregt, ne? Ich bin rot. Ja, aber cool, richtig schönes T-Shirt hast du an, ne? Ich sag ja, 2 Minuten. Ja, ja. Auch selbst bezahlt. Da kriege ich auch noch Geld von dir. So, ab morgen Inkasso Miet, ne? Weißt Bescheid. So, ja, wir starten erstmal. Wie gesagt, gewaschengeknetet ist er. Let's go. Let's go. So, hier nochmal vielleicht so ein kleiner Quick-Tipp. Viele Fragen danach, wie viel Politur muss man denn eigentlich nehmen, wenn man Mikrofaser, Pad und Exzenter poliert. Das Pad ist jetzt frisch. Das ist die Menge, die als erstes drauf muss. Und die wird jetzt mit dem Finger, könnt ihr euch auch irgendwie einen Handschuh anziehen, die wird eingearbeitet ins Pad. Jede Faser muss mit Politur bedeckt sein. Und wenn das fertig ist, dann macht man nochmal zwei, drei Kleckse drauf und kann dann damit polieren. Also so viel Politur muss drauf. Ich seh da einmal Videos, die machen dann auf einem frischen Mikrofaser-Pad nur ihre vier Pünktchen. Das ist richtig scheiße. Man braucht auch die Politur, sag ich mal, so ein bisschen als Schmierung, als Kühlung. Weil sonst wird die Faser viel zu heiß. Also macht es so, so ist es richtig. Hör nochmal auf, dann machen wir was jetzt hier haben. Eine D300. Ich hole mal eine ClearCut. Was? Hä? 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 Kann man schon aufnehmen? Ja, ich fühl mich gerade. Ja. Meine Kombination mit meiner Waffen der Behalte. ClearCut. Die Politur mag es eher kühl als heiß. Also so ein bisschen Richtung Menzerna 400. Nur im Gegensatz zum Menzerna 400. Ja, Marc. Alles klar. Das ist hier die ClearCut. Das ist halt voll. Und damit schlagen wir, oder? Damit schlage ich nicht. Alles klar. Was? Das war's. Whoa. Ich war's. Ich war's. Dies ist… Einge thấy... Sieht ein ganz persönlich aus. Roig? Oh man. Wir haben hier noch vereinzelt Hamba-Kratzer. Hier, so sieht es vorher aus. Also lasst euch da jetzt nicht blenden von der Anzahl der Kratzer. Die, die hier drin sind, die sind richtig mega, mega mies tief. Mal gucken, ob ich das von meiner Seite auch behaupten kann. Ich vermute ja. Also hier sieht es doch super aus. Hologramme, typisch roter. Naja, das ist ja egal. Wir ziehen den danach nochmal mit der... 205er oder... Ja, wie auch so. 205er. Ja, sieht auch gut aus. Aber typisch Hologramme halt. Das ist halt bei so einer Kombination... Ja, sieht auch gut aus. Hier vorher. Ja. Ja gut. Jetzt kriegst du erstmal meine Meinung. Ich mach weiter mit der Exzenter. Ne? Vielleicht kurze Fazit, was wir bisher schon sagen konnten. Thema Staubentwicklung bzw. Ja, ganz genau. Ganz genau. Das darf man auch nicht vergessen. Das wollte ich gerade sagen. Das ist Mikrofaser-mäßig. Wenn ich das jetzt mal kurz sagen darf. Erstmal vom... Du hast natürlich hier keine Hologramme. Der Haze, also dieser leichte Grau-Schlicht... Mal, komm auf den Punkt. Fazit ist... Fazit, pass auf. Exzenter, hinter letztens schon nur das Finish. Staub weniger. Letztlich angenehmer fahren. Und der Cut ist... Genau. Richtig gut. Alles klar. Mikrofaser-Beste. Nein! Nein! So, dann hier einmal so ein kleiner Zwischenstand, wie es vorm Finish aussieht. Also Dart wurde jetzt nur gecuttet mit einem Mikrofaser-Pad. Dann gehen wir hier rüber. Hier sieht man die unpolierte Seite. Also hier wird jetzt noch Finish gefahren. 205er fahren wir, oder? Maguiar 205er. Yes! Die Finish-Politur aus unserer Sicht derzeit. Auch wenn sie schon etwas länger auf dem Markt ist. Hammer-Glanz und noch mal ein bisschen Defekt-Korrektur. Ja, auch hier. Im unteren Bereich. Alles gut. Ja, hier die Folie. Leider werden wir auch nochmal mit der... Passt du drüber hin? Man sieht schon, die ist schon so alt gealtert. Die ist schon hier überall gebrochen und so. Da machen wir wahrscheinlich nur mehr kaputt, als dass wir retten. Und das Vorteil, ich will es mal kurz erwähnen. Leise. Ja, das stimmt. Hier ist die Dichtung, die sind hier lackiert. Normalerweise, wenn die das Gummibärm immer abgeben, die sind hier lackiert. Okay. Ja, das ist doch super. Aber du hörst wie leise, ne? Das ist doch die rote Hand. Gut, das gefällt mir jetzt nicht so, weil dann höre ich dich immer quasseln. Ja, alles klar. Einmal abziehen. Also ich habe jetzt schon Kotflügel gemacht, Tür. Hinterakotflügel. Meine Kombination, Meguiers. Hier erkennt man an dieser purpurfarbenen Schaumstoffsticht. Ja, und Meguiers D300. Das ist so mein Mittelchen zum Erfolg. Und für die kleinen Bereiche hier die Lecker. Ich glaube, die sind jetzt vom Burger. Da darfst du dem Burger aber nicht sagen, dass ich mir seine Pads einfach genommen habe. Ich sag's ihnen nicht. Ich sag's ihnen nicht. Ja, und wollen wir mal gucken, ob ihr das Video guckt. Ne? Dann schreib mal bitte in die Kommentare, Hashtag Langfinger. Ne, das ist jetzt hier vom Burger-Pad. Das sind die LeCountry-Pads, die kleinen. Mikrofaser-Pads hier so für die Bereiche hier überall. Ihr wisst ja mittlerweile, wie es läuft. Kleine Bereiche, kleines Pad. Großer Bereich, großes Pad. Und ja, dann machen wir weiter, Marc. Ja. Dann machen wir weiter. Oh, knallt aber auch die Sonne drauf, du. Hui. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man das hier sieht, so ein Video, ne? Älter ist ja auch. Im Display sehe ich jetzt nichts. Ich sehe nur geilen Lack. Ja. Ja. Sonnenkontrolle erfolgreich. Wir fahren jetzt gleich wieder rein. Äh. Machen da Wachs drauf. Haben die Halle nochmal ausgesaugt und so, ne? Mega krass. Ja, Alter. Ja. Ja. Jude hoch. I told glad Hund Oscars. So, jetzt hinter Aufmark. Also zum zweiten Mal. Also heute ist auch der zweite Tag. Zweiter Versuch. Aufnahme war gar nicht geschadet. Reden wir hier den Mund fusselig und dann... ja, wurde sich aufgenommen. Ja, heute wie gesagt der zweite Tag von der 993 Aufbereitung. Wir machen heute nur so ein paar Restarbeiten. Wir haben den gestern zur später Stunde fertiggestellt. Heute noch mal Restarbeiten. Also Scheiben, Grundstoff versiegeln. Zweite Schicht Reifenpflege drauf. Rillen und putzen. Also nicht bei Margrille putzen, sondern bei meinem Kraftfahrzeug. Ja, Margrille geht auch schon in sicherer Entfernung. Ja, bevor man wieder bei der Arschlitzwand laufen muss. Ja, auf jeden Fall Restarbeiten. Und wir hoffen, dass wir... also hinter mir sind wir schon. Ab und zu kommt die Sonne raus. Ja, die Kamera macht jetzt hier ein bisschen Strich durch die Rechnung. Ja, wir hoffen, dass da gleich die Sonne noch mal rauskommt, wenn wir dann rausfahren. Gestern Sonnenkontrolle habt ihr ja schon gesehen. Sah sehr schön aus. So ein Two-Step lohnt sich dann doch immer. Und ja, dann machen wir weiter. Innenraum machen wir auch ein bisschen was. Also zum Beispiel Lederknauf nachfärben. Also jetzt ist er noch abgeschlossen. Wir sind gerade erst hier. Ja, zeige ich gleich vielleicht noch mal. Ist jetzt eigentlich nicht so interessant. Leder nachfärben haben wir ja schon mal gemacht. Ja, wir haben das mit der Seitenwange, ja. Genau, beim 997 Turbo, bei den grünen. Das ist, denke ich, nicht so interessant. Marc, vielleicht noch mal so Fazit. Nochmal Rotations mit Fell gegen Mikrofaser. Ich glaube, da habe ich alles schon so mit reingeschnitten. Ich glaube, wir haben auch schon mal ein Fazit. Ja, ich glaube, es gibt keinen Gewinner. Genau, es gibt keinen Gewinner. Für mich eigentlich schöner Mikrofaserpad mit Exzenter, weil man kann viel entspannter fahren. Also Exzenter ist natürlich auch sicherer, wenn man nie Karosserieübergänge hat, läuft man da nicht Gefahr durchzupolieren. Also beziehungsweise die Gefahr mit der Rotationsmaschine und Fell ist deutlich größer. Und ja, also gab kein Gewinner eigentlich. Jeder wie er Bock hat. Also der eine machte lieber mit der Rotations und Fell, der andere mit der Exzenter und Mikrofaserpad. Wir können alles, wir können beides. Ich mache es lieber mit der Exzenter, der mag lieber mit der Rotar, anscheinend. Immer wieder gerne mal. Aber Fakt ist, es ging einfach zu gucken, Mensch, gibt es Unterschiede vom Cut her? Und das ist ein Endgegner gewesen und nach dem Finish gab es keine Unterschiede. Womit wir bei dem Thema sind, poliert 2018 mit der Exzenter, erzielst du jede Menge Cut und den vergleichbar mit der Rotationsmaschine. Was vor Jahren gar nicht denkbar war. Darum ging es letztendlich zu gucken, ob die Rotar irgendwie noch vorne nicht. Natürlich war es jetzt nur ein Beispiel und jeder arbeitet anders. Aber Fakt ist, mit der Exzenter Defektkorrektur genauso. So, das war es jetzt hier auch vom Video. Ich schneide jetzt gleich nochmal so ein paar Bilder rein, ein paar Videos rein, wie er hoffentlich draußen in der Sonne steht. Frisch gewachst, zimmelt Vintage drauf. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Und nicht vergessen hier Glossboss-Shop.de, Cappies und T-Shirts und Alcipo Zap kriegt er da. Glossboss 10, glaube ich, so ein Rabattcode für 10%. Könnt ihr einmal ausprobieren. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann, ciao. Tschüss. Tschüss.